Römer! Bist du ein Gott? Nur Götter können wir uns im Tore vordern. Marmini, Barbaras Tirpen hat Usess. Dann bin ich Experto opust. Werum au dem Roma. Rex! Lassen wir uns von den Römern unterwerfen? Oder wehren wir uns? Lasst uns gemeinsam aufstehen. Nein, was wir brauchen ist Frieden. Los! Ich werde es niemals zulassen, dass meine Leute versklavt werden. Willst du dich mit Rom anlegen? Habt ihr eine Ahnung von der Macht dieses Imperiums? Ein Barbare verrät seine Leute nicht. Kämpfen mit uns. Wir zeigen unseren Leuten, dass Rom nicht unbesiegbar ist. Dafür müssen wir alle Stämme vereinigen. Das ist unmöglich. Mich haben sie in Rom gelehrt, meine Familie zu vergessen, meine Leute zu verachten, meine Art zu leben. Ich war einer von ihnen. Weil ich weiß, wie sie leben, werdet ihr wissen, wie man sie tötet. Lasst uns gemeinsam kämpfen! Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Der Wolf wird kommen. Und die Welt wird brennen. Nichts besteht für immer. Nichts besteht für immer.